Hallöchen, da sind wir wieder mit einem Turbocame. War ein anstrengender Tag heute. Warmer Tag vor allem. Naja, nicht so dramatisch. Ich sollte trotzdem fit genug sein zum Spielen. Hey, ich hoff's. Sven, Enchantress. Autsch, das tut weh. Ja, Enchantress ist meine tägliche Quest. Mal gucken. Vielleicht habe ich Glück. Und ich habe ein paar gute Leute dabei. Mal gucken. An deines guter Dinge. Ich glaube, das wäre der beste Weg. Spreng. Spreng. War ich geschafft, oder? Ah, fuck. Ah, okay. Na gut, gehe ich in die Mitte. Na gut, gehe ich in die Mitte. Na gut, gehe ich in die Mitte. Hm. Drawn. Ja, natürlich. Shit. Hm. Shit, Mann. Ein Deny, kein Last Hit. Das gibt's nicht, Mann. Das nervt. Okay. Okay. Ich muss schneller angreifen. Das ist, gegen Draw habe ich sonst echt ein Problem. Hm. Hm. Ah, lecker mich. Hey, ein Last Hit für mich. Spreng. Auf der Wildtrack. Ah, dang it. Ah, die verdammte Axt. Okay, das war ein Deny. Ah. Hm. Komm schon, eigentlich dürfte ich mir da gar nicht so viel dämmig zufügen. Was soll'n das? Verdammt. Ja, nee, das ist... Ich hab echt ein Problem. Ja, du bist ja auch ne große Hilfe. Hm. Dass ich ein bisschen Ruhe hab. Hi, Talonet. Put it out of your mind. Let's race. Dang it. Ich komm und komm einfach nicht... Die ist verdammt nochmal zu stark. Okay. Hm. Hm. Ich könnte mal behaupten... Das könnte schon ganz gut verloren sein. Hm. Viel zu stark. Glück. Ah, shit. Ich bin tot. Oh. Das war Glück. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Dann leiburg. Ich bin tot. Ich bin gem somewhat liebend. Ich bin coachig, das... Ich bin tot. wenn ich nur meine Angriffsgeschwindigkeit ist so lahmarschig momentan und die hat schon so viel damage ich bin hier in so ne range verdammte axt ich verliere mitte weil ich keine chance habe grundsätzlich nicht ich habe keine chance gegen eine drawranger zu bestehen wunderbar ich kann nicht mit der drawranger so da hätte ich mal das andere genommen hätte ich den slauen können so Oh mein Gott. Komm schon mal. A dominante performance. They're trying to break your middle tower. Accept them to double kill. The enemy's bottom tower just killed her. Foraging. Your middle tower is taking a drop in. Better all the time. Your middle tower just went hard over. More death, a double slaughter. Sprink. Now my enemies pay. Here I come. High spring. I don't know what the people have for a problem. I don't understand. Let's race. Gambling on. Yes. Oh. 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 Okay. wasser 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 ist das wasser ist dann nicht wasser ist so wie Ja, das ist die nächste Mal. Ah, fuck off. Ah, fuck off. Something bad is happening to your top tower. Your top tower has fallen. I'll trample you now. Best fight, so where you going? Wicked sick. Friend to me. Most years, all of you double kill. Nature's right. Yes. Oh. Twice the murder, Instagram. Try to climb. Es ist ein hockes Schiff und ein Schiff. Es ist ein hockes Schiff und ein Schiff. Es ist drei Level. Es ist drei, ich habe das Level. Okay. Forging! Gambling on Fuck Okay Alter, wie, wie, wie können, will sie überleben dies, wenn Drawley wegkloppt? Ich muss immer noch Farmen, ich brauch... Hightailin' it! Ah. Hm. Horns out! Once! Your bottom tower is under attack. You're heading for dead water! Mmmmm. Ah... Was soll ich machen? Tja. Was soll ich sagen? Enchantress mit? Nein, ich hatte Bot markiert. Weil ich weiß, dass ich in der Mitte nicht bestehen kann. Aber hey, scheiß drauf. Was ein Scheiß.